him or her or anybody cowards do that and that ain't you you're better than that so und hallo und herzlich willkommen hier bei let's play gta online wir haben heute das white tiger bootcamp für euch und natürlich ist es ne crew runde und natürlich alle im crew outfit und hallöchen crew Leute hallo teigami arte nur und es ist die Männerrunde gegen raunrunde pfp sowieso zehntausend auf die Männer und Patrick ist am wichsen trick in der wichser warum auch nicht bei treibendlich hallo los geht's läuft und es ist bei nachts freunde bei nachts hat das noch geiler aus ihr des bootcamp also alle Rüssel abschießen auf geht's macht sie platt der erste Kill geht schon mal auf meine Kappe wenn man sich hinterkommt ich bin nicht gekämmt ich bin gelaufen auf und der Rache-Kill kommt hinterher hallo ihr seid nicht sterben müssen wir haben wir brauchen die Punkte Nathalie Prozent wo ist denn hier jemand ich bin noch freilich beides wollen er war sie jetzt kaputt auch wer war das hallo was soll das er die Mauer Julio hoch 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 Heidelberg die Gäste um er ist die mit der Alten nicht richtig die schießende Weltgeschichte Mann wenn sie richtig hinlenken dann ist immer noch zu blöd dafür die neue Pläne haben wir wollen auch nicht ich bin fast dauernd ihr Pärchenläufer Warte mal jetzt bin ich da und Nettel Nettel Erodi ich bin auf die Gelegen Bonschutz du Arsch starkes Spiel MVP was ist das jetzt hier wieso sterb ich jetzt am Dauern? Wurden bin ich nicht gestorben auch jetzt bin ich dort Ausgleichsatz und er vorliegt ihr Schweine Prozent das ist die Verkommung der Kunde und auch vorliegt auch die Verpackung nicht ist in die Augen gelaufen Prozent 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 mit dem Standpunkt das war er nach der Prozent hälfte ich muss mir aufladen ich muss mir aufladen ich muss mir aufladen zu spät dort wurden auch nur der kommt von der seite her der schuss war von der seite schatz es gibt es nicht hier um hohen ich bin natürlich lieber so janni boy was los mit dir heute jann äh was schießt hier oh scheiße und ich renne Nathalie voll rein entweder kommt die Sabrina von hinten oder von der seite oder die Waffe ist kaputt und du musst sie einem Obdachlosen schenken ich sehe hier gerade gar nichts mehr warte mal ich bin rein ich bin mir mitgenommen ich lege noch Entschuldigung Leute ja ja muss deine Waffe wieder dem Obdachlosen schenken ja aber übel warte mal na hau noch nicht ab ich will dich gar nicht ich will dich gar nicht renne mal hier nicht fort was hat die bitte für ein Ape die macht mich hier die macht mich hier einfach von hinten sorry ah oh scheiße war weh soll ich vielleicht nicht mehr mitschauen hirscherz ja 30 Kugeln auf dich geschossen du schaust das sind wir noch ha BAM BAM du bist weg aber da wieder wer wird das bleib mal stehen jetzt bin ich rein ja Ronny zwei Kills hast du gegen mich jetzt schon ne also jetzt reicht es wieder jetzt reicht es wieder Ronny Neeeein warum ja was ja auch nochmal bleiben stehen echt mit rein nee doch nicht haha klappt nicht immer haha Aua ach das war Leg dich hin Fabian heinrich schätzelein heizmole also dieser Janibäu ne ne Alter dann vergiss es voll am Schuss gelaufen aber ey ey bleib mal stehen ja das war der Hen Alter bleib mal stehen Klappt doch! Als dieses Schnatter, das geht gar nicht. Ey, bleiben stehen! Ich nehm sie beide aufs Kopf. Au! Das ist die schlechteste Runde überhaupt, ey. Oh, fast! Da versteckt sich der Arsch! 4, ey! Ey, ich war eh schon fast hin! Ey, ohne Gleichstand, gell? Ne, nicht mehr! Mittlerweile sind die anderen zwei vorne! Das war von hinten! Von hinten geht das nicht! Wenn man jetzt angezeigt, dass irgendjemand durch den Container schießt! Ne, ich hab die ganze Zeit auf dich geschossen! Ohne Container! 2 auf 1, das ist doch fies! 2 auf 1? Ich war ja nicht mal da! Hier ist immer Pärchenlaufbau! Ist das schon aufgefallen? Bumm! Tschüss, Nathalie! Warte mal, ich bin rein! Ey, müssen wir das sauber machen! Ronny, du hast mich schon wieder! Ey, es ist 3,5 Ronny! Johnny Junior, das war in your face! Alter! Ja, Sabrina, jetzt kommst du wieder zurück! Ja, Sabrina, jetzt kommst du wieder zurück! Ach, komm Schatz! Please! Aua! Du hast weh getan, Mann! Ich hab doch auch Gefühle! Nö, hast du nicht! Ey, warte doch! Scheiße! Ey, da ging es nicht zu dritt! Boah, das ist close! Leck mich am Arsch! Mit dem fünftel Leben hab ich das Tatsache überlebt! Ich war voll am Arsch! Ich bin immer noch voll am Arsch! Alter! Wie geht das? Keine Ahnung, ich baller hier alle um mit nem fünftel Leben! Wie bitte? Wie bitte? Schon wieder nicht! Ey, Schatz! Du bist Gottmode! Du hast Gottmode drin! Ich bin Gottmode! Scheiße! Jetzt ist sie weg! Jetzt ist sie weg! Jetzt ist mein fünftel Leben! Ich hab die Serie beendet! Ach, Natalie! Junior! Nein! Ich hab sie nicht erschossen! Nein! Ich hab sie nicht erschossen! Nein, sind eben! Polizie! Nein! Wir schießen auf mich! Wir schießen auf mich! Ja, trotz Nachladens! I am the wand! Total! Meine, du musst nachladen! Ey, was machst du da? Bleib mal stehen! Roddi! Von hinten! Du hast voll nicht teil! Ich muss nachladen! Hi, Roddi! Miss Wolf! Piss Wasser! Hey! Nein! Stopp! Bleib mal stehen! Bleib mal stehen! Au! 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 Echt? 14 für mich! Oh, wie! Was denn? Das war ich! Ey! Bleib mal stehen! Warte mal! Ich bin dran! Roddi fasst Ausgleich zwischen mir und Roddi! Ey! Das gibt's nicht! Ich kämpf sogar in der Ecke! Ich hab mir in den Lauf gelaufen! Nein! Oh, die hat weggeguckt! Scheiße! Oh! Das war jetzt mal gut! Vier Kälte in der Nacht! Es war gut! Das war jetzt momentan der beste Laufelbau! Fünf! Nein! Komm ich jetzt wieder rein? Nein! Danke! Sabina ist wieder dazwischen! Äh, wo muss ich... Ah, ich bin dann! Oh, drei Kills! Drei Kills! Das geht! Ich bin auch noch welcher! Friederlage! Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen! Zwei auf einen, Alter! Und Crudong erhöht! Nein! Natalie hat mich! Natalie hat mich! Ich dich auch! Ja! Hehehe! Äh, was war denn das jetzt? Äh, was war denn das? Wow! Wer war das? Heißer! Ich! Ja, aber... 13 zu 10 steht's nicht bei uns! Okay! Oberspray, aber genau dann nach, wenn ihr kommt! Nein! Hä? Hä? Ich hab dir ein Headdy gegeben! Bei... Bei mir war's auch ein paar Mal! Ich hab dir ein Headdy gegeben! Gewinner! Wup! 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 Und damit endet die heutige Folge! Ich hoffe, euch hat das kleine Deathmatch von der Crew gefallen! Und... See ya! Tschüssi! Tschüssi! Ciao, ciao!